Akiras Geburtstag So, Tim, den Kuchen haben wir fertig gemacht, die Geschenke eingepackt, also kann Akiras Geburtstag doch kommen. Nein! Was? Kann er nicht. Wir haben doch nicht die Wohnung geschmückt. Naja, wir schmücken sonst auch eigentlich immer nur das Wohnzimmer, Schatz. Aber haben wir doch nicht gemacht. Das müssen wir heute Abend machen, wenn die Akira schon schläft, dass sie sich überraschen kann. Okay. Endlich haben wir Ferien? Ja, zum Glück. Ich hätte das lange nicht mehr ausgehalten. Ich auch nicht. Und morgen habe ich ja Geburtstag! Feierst du mit Mama und Papa und mir und Lukas oder mit wem feierst du? Nein, Tim, ich feiere mit meinen Freunden und du kannst mitmachen. Dann musst du dir aber eine Farbe anziehen. Hä? Naja, du kannst entweder eine Farbe mit einer weißen Hose oder eine Farbe mit einer farbigen Hose anziehen. Ach, sowas. Hm? Wir sind wieder da! Hallo Akira! Hallo Tim! Geht ihr bitte wo euer Zimmer? Nicht euer Zeug irgendwo hinschmeißen. Okay, okay! Ja, Kai. Ich finde es auch gut. Endlich haben wir wieder Ferien. Ja, jo. Mann, endlich haben wir da und haben jetzt schon ewig gewartet. La, 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 la. Mann, Akira, sei doch mal leiser. Ich chatte hier gerade. Ja, dann chat doch woanders. Dann spielst du doch woanders. Nein, doch, nein! Mama! Tim hat gesagt, ich soll woanders spielen. Akira soll doch woanders spielen. Ich chatte hier gerade mit Kai. Jetzt ist er wegen dir weg, Akira. Dann soll er woanders chatten. Er soll überhaupt nicht chatten, habe ich gesagt. Er ist noch zu jung dafür. Aber Mama, wenn wir schon kein Telefon haben... Wir haben ein Telefon. Aber das ist für altmodische Leute. Tim, wenn du mit jemandem reden möchtest, dann telefonieren mit ihm oder geh zu ihm. Okay? Akira darf hier weiterspielen. Ja. Schlaf, Lukas, schlaf. Schlaf, ihr Kleineschlaf. Mama, kann ich kurz reinkommen? Oh, äh, äh, warte kurz. Lieber, alles da reinpacken. Ach! Bello, aus! Mama, darf ich jetzt rein? Gleich! Ja, was willst du denn, Schatz? Mama, kannst du mir einen Kakao machen? Ja, klar, kann ich machen. Was machst du da, Tim? Geht dich nichts an. Doch, sag es mir. Ich spiele ein Spiel. Kinder, Zähne putzen und ins Bett. Ja, Mama. Nein, ich glaube es nicht. Morgen ist wirklich schon mein Geburtstag. Hauptsache, ich kriege das, was ich mir gewünscht habe. Oh, bitte kriege ich es. Ich habe heute Geburtstag. Ja, ich habe heute Geburtstag. Das ist cool. Dann rutsche ich gleich zum Tim. Wow, Tee. Ähm, vielleicht sind Mama und Papa. Hä, wo sind die denn alle? Die sind unten im Mondzimmer. Vielleicht sind doch gleich meine Geschenke. Da gehe ich jetzt lieber hin. Happy Birthday, Akira. Akira. Alles Gute zum Geburtstag. Los, sag deine Geschenke aus. Ich will wissen, was da drin ist. Ich auch. Als erstes packe ich das aus. Oh mein Gott, ein Pappenwagen. Ja, den habe ich mir schon ewig gewünscht. Hm, was ist das denn? Oh, cool, ein Pappenbett. Ich muss sofort meine kleine Puppe Lola holen. Sie passt da super rein, Mama. Danke, Papa. Danke, Mama. Danke an alle. Und heute Nachmittag wird Party gefeiert. Genau. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Ja, das war wirklich ein schöner Geburtstag. Schöne Geschenke. Wirklich? Ja, klar. Das war wirklich ein wunderschöner Geburtstag. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Und ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und ich möchte gerne noch eine Person... Ich möchte noch gerne eine Person grüßen. Und zwar ist das Mariella M. Sie guckt jedes Mal meine Videos und gibt mir einen Kommentar unter. Und wenn ihr auch Ideen habt für ein neues Video, dann schreibt es mir doch bitte unter die Kommentare. Und damit sagen wir... Tschüss! Tschüss!